Ist das eine Flugzeugruhe? Ja, glückliche Reise. Wir fliegen mit den Urlaubern an die schönsten Ferienzille der Welt. Aber da sind Sie hier ja genau richtig. Ja, das ist ein schönes Plätzchen, um Urlaub zu machen, was? Du bist wirklich der Größte. Sag ich doch. Hauptsache, es geht schnell. Herr Kollege, schnell geht hier gar nichts, Herr Kollege. Ich habe Hunger. Sie wissen nicht zufällig, ob es im Urwald irgendwas Essbaures gibt? Schwammerl, Glaubeeren? Wir machen uns so richtig gemütlich. Ja, wegen der paar Skorpione ist doch kein Problem. Oder? Skorpione? Skorpione? Die Polizei ist hinter mir her. Was denn schon wieder? Ja. Das sind doch alles Pfeifen, diese Reiseleiter. Das sind doch alle Pfeifen, diese Reiseleiter. Wenn wir das zu Hause in Dresden erzählen, Das glömt uns kein Mensch. 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 Untertitelung des ZDF, 2020